Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres NBA 2K14. Let's Plays, ich bin Rektalin, ihr schaut wie bei Games4.io nicht mehr lange und bald heißt es 2K15. Bin schon mehr als gespannt. Aber heute geht es erstmal weiter mit der Karriere bei den Bulls. Wir spielen nicht gegen die Bulls, sondern bei den Bulls. Ich hätte beinahe gesagt, wir spielen gegen die Bulls, aber es macht ja gar keinen Sinn. Aber okay, so wie der Saisonverlauf ist, könnte man es vielleicht behaupten. So, Heimspiel auf jeden Fall, das ist schon mal gut für uns. So, nee nichts besonderes. Dann ab direkt zum nächsten, oder? Doch, wir gehen zum nächsten Match. Vielleicht können wir unsere Serie ja aufrechterhalten, das wäre natürlich richtig gut. Jetzt wird hier oben wieder randaliert. Ich hoffe, dass wir nicht anfangen zu bohren oder so ein Quark. Okay, got kein Sound. Was? 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 Lebron? Was? 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 Hiss Was? Eruz Foul! Jawoll! Yeah, der erste ist drin, sehr schön. Und auch der zweite. Perfekt, zwei Punkte gemacht. Läuft. Ach, Schande. Danke. Bam. Drinne. Vier Punkte. Sau nice. Kommt genau richtig nach dem Madden-Spiel, Leute. Okay, er hat einfach die Punkte gemacht, das gibt's überhaupt gar nicht. Kleine Schweinchen. Wir probieren's. Sitzt nicht, macht nix. Noah mit dem zweiten Versuch klappt auch nicht. Hat er den dritten? Auch der klappt nicht. Hallo? Da will aber jemand Rebound sammeln. Da will aber jemand Rebound sammeln. Das ist eine große Spiel, wenn sie nicht DMs auf der Perimeter auf der Perimeter. Rose. Ah, Mann. Ich hab so frei gestanden, dann können wir's mal probieren. Aber scheiße war's, ne? Oh Gott. Okay, okay, ganz ruhig spielen. Sichere Körbe machen. Wir müssen das relativ klein halten, die Differenz. Jetzt hier im ersten Viertel. Wieso hab ich gefoult? Frischheit. Oh, was ein Ding. Läuft nicht irgendwie. Ich glaub, die Serie wird hier ein Ende finden. Oder macht's auch noch. Hey, das Heizsturm kommt nicht aus. Zu früh losgelassen, der wird nix richtig scheiße, war der. Ey, der wird bedrängt, aber er macht trotzdem den Korb. Nein. Wenn's scheiße läuft, dann läuft's scheiße. Also bitte. Schlechtes Timing gewesen in dem Moment. Naja, was soll's. Okay. So. Noah. Jawohl, hat's gemacht. Sechs Punkte. Soll ein klüger Spielen. Oh, komm, Junge, komm, Junge. Yeah. Das war ein Monsterblock. Lauf, 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 Junge. Was im Dreck. Läuft irgendwie nett. Gut, Butler. Mann, ey, die kriegen nicht mal die Pässe zugespielt, ne? Und jetzt, wo wir hier weggeflockt, scheiß dort drauf, ey. Eine Minute 40 haben wir, und wir legen schon 10 Punkte zurück. Yes, sitzt. Muss uns wieder konzentrieren hier. Gut gemacht von Noah. Immerhin nochmal drangefummelt. Sechs Sekunden haben sie nur. Nach dem Pass jetzt, um das zu werfen. Chicago. Dass sie da schon wieder Freiwürfe bekommen müssen, ne? Wir müssen gegen sie gewinnen. Es kann nicht sein. Wenn es so zwischenzeitlich ein bisschen klopft, es tut mir leid. Die Mitarbeiter sind immer noch da, aber die bohren zumindest im Moment nicht. Von daher habe ich mich entschieden, dass wir da ordentlich was aufnehmen. Das war gut. Nichts, Lamb. Alter. Da hat's gemacht, ey. Drei Punkte. 45 Sekunden noch in den Viertel. Neun Sekunden. Hat's aber. 11 Punkte, ey. Und, 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 na. 11 Punkte, ey. 11 Punkte. So böse. Wir müssen jetzt in den Viertel echt aufspielen. Ohohohohohohohohohoho. Halt war durchgesetzt. Halt war durchgesetzt. Glaubt haben ja keiner. Der Sitz. Der erste Dreier Sitz. Aufholjagd ist gestartet. Nur noch 10 Punkte. Keine 11 mehr. Man muss positiv denken. Alles andere hilft nicht. Und hier ist Harkless, folgen die 3 von der Beest. Weil die Stadion bebt. Foul bekommen. Sehr schön. Sitz der erste. Sehr schön. Läuft auch. 2 Würfel haben wir weiße Weste im Moment. Ja, den Eindruck hab ich auch. Wir kriegen das heute hin. Rebound. Und auch der Sitz. Jetzt geht's ab. Und er macht's auch noch. Time out. Beste Wurfquote. Das ist ja geil. Warum rennt denn mein Kerl da hinten hin? Bin ich ausgewechselt worden? Das wär frech. Okay, wir sind nahe ran. 44 zu 41. Das sieht gut aus. Letzte Sekunde. Keine Chance. Komm Noah, mach's. Er hat's gemacht. Wie geil. Bis auf einen Punkt ran zur Halbzeit. Super Noah. Was man aus vier Sekunden alles machen kann. Ich bin begeistert. James ist im Moment hier der Obermacker. Flügere Würfel. Flügere Würfel. Noch ein Foul. Noch ein Foul. Ich hab schon vier. Okay, immerhin schon mal ein nicht getroffen. Das ist super. Das heißt, selbst wenn wir jetzt treffen, können wir mit dem nächsten Ballbesitz ausgleichen. Und Holla die Weitsee. Was wär das geil. Wie er selbstsicher da rüberkommt, ey. Und er macht's auch noch. Nee. Komm, einfach durch. Foul bekommen. Jawoll. Ja, läuft. Ja. Beide wieder drin. Super gut. Ausgleich. Wir zeigen den Führungen. Boah, die Drehung. Hammer. Wahnsinn. Hat er gut gemacht. Er hat's gemacht. Was ein toller Wurf. Gut, Buzer. Der setzt sich richtig ein. Wunderbar. Noah. Scheiße, ey. Werenführung. Schade. Das war unsere Chance, eigentlich die Führung zu geben. Scheiße. Ja. Gut gemacht, Butler. Komm, zieh's durch. Punkte. Kriegt er extra Punkt. Wie geil ist das denn? Komm, Butler, mach's. Mach's. Ganz cool, Junge. Einfach rein mit dem Ding. Wie im Training. Super. Führung. Und ich hab nichts damit zu tun. Respekt ans Team heute. Gut, der Block. Aber, oh, die Maschine einfach, ne. Ja, gut, wie er uns da den Weg freigemacht hat. Ja. Ja. Hier da oben gehongert, man. Geil, Buzer. Super. Was sein Match. Wann wird er passen, bis er ist? Oh, scheiße. Glückhaft. Glückhaft, dass er nicht durchgezogen hat. Na okay. Sooo. Nein, nein, nein! Leute, wir haben den Beinhoff, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder! 23,5 Punkte, das ist natürlich richtig gut. Also für NPC-Verhältnisse. Ja! Er sitzt, er sitzt! Im Moment haben wir drei Punkte Vorsprung. Wir müssen aber dran arbeiten, erstens, dass es so bleibt und zweitens eventuell noch mal ein bisschen ausbauen. Nur so können wir unsere Serie weiterführen. Gut, Henry! Wäre ja ganz gut, wenn du passen würdest, Henry. Und auch der sitzt, jawoll! Fünf Punkte! Wunderbar! Ein bisschen aufpassen muss ich natürlich weiterhin wegen Fouls und so weiter. Foul von Noah. Immerhin keine extra Punkte. Jetzt muss er nur noch mal vorbei werfen. Schade, den ersten hat er. Ja! Okay. Sooo. Hat leider beide gemacht. Macht aber nix. Wir gucken, dass wir einfach jetzt wieder kontern. und dann! Oh! Lüge! Komm, jetzt aber! Oh, das wird super! Oh, ich stehe drauf, wenn die Halle webt! Von der Atmosphäre her, die 2K Serie ist, die NBA 2K Serie ist richtig gut. Was das angeht, was das vermittelt, immer wunderbar! Sehr toll! Schlechten Wurf genommen oder was jetzt gerade? Tolle Wurst! Oh, der macht's! Schade! Ich hab gedacht, wir können mit einem Dreier antworten. Noah macht's! Er macht's! Sehr gut! Immerhin nicht den Totalschein produziert. Aufpassen hier! Und er macht's! Knabbern unseren Vorsprung ab! Super, dass du mich da nochmal geblockt hast, du Vogel! Nein! Fünftes Foul! Ach du Fack! Jetzt muss ich aufpassen, nächstes Foul, ich bin draußen! Das wissen die natürlich auch! Blödes Offensiv-Foul von vorhin! Das haben wir einfach gelassen, zu früh gehüpft! Egal! Dritte Viertel ist gleich in den Büchern! Relativ alleine, und er sitzt! Ein Dreier, jawoll! Uh! Sehr gut! Schön aufpassen hier! Gut! Gut verteidigt! Gut gespielt! Und er macht's! Nicht! Egal! Vier Punkte Vorsprung, letztes Viertel gleich, jetzt geht's rund! Jetzt ist die Entscheidung! Okay! Sollen die Führung natürlich behalten! Habe ich mir fast gedacht! Yeah! Sechs Punkte im Moment Unterschied! Muss so bleiben! Vor allen Dingen, Orlando steht richtig gut da in der Tabelle im Moment, wie wir gesehen haben! Müssen wir weiter defenden! Und er macht der einfache Körbe! Setzt sich locker flockig durch! Und er macht's! Super gemacht Green! Tolles Spiel! Aufpassen! Okay! Ein schöner Punkte gemacht! Vier Minuten 48 noch in dem Viertel! Foul bekommen! Sehr gut! Setzt! Sehr gut! Und auch der Sitz! Immer noch weiße Weste! Wunderbar! Sollen die Führung halten! Ich hoffe, dass wir das auch können! Das wäre eine ganz große Sache! Hoffentlich triffst du nicht, Junge! Wenn du nur einen nicht triffst, bin ich mit dir zufrieden! Hört sich schon mal gut an! Sitz! Sitz! Beides leider! Macht aber nichts! Block! Scheiße! Und er hat's gemacht! Vier Punkte nur noch Unterschied! Da hab ich mich hinbekommen! reißen lassen. Sitz! Jawoll, jawoll! Schade, Butler! Egal. Noah! Noah! Und Sitz! Jawoll! Gut gemacht. Heute können wir uns auf Stream verlassen. Time Out. 3 Minuten 26 jetzt noch. Oh, oh, oh! Gut, Noah! Toll gemacht. Rebound. Sichtig in dem Moment jetzt gerade. Oh, da sitzt! Super! Dreier! Jawoll! Ich bin begeistert. Ohohoho! Was in Aliou! Tolles Ding! Respekt! Danke! Nein! Schlechter Pass! Ich hab's gewusst. Ich hätt's selber machen sollen. Ich hätt's selber machen sollen! Scheiße! Äh... Ne, das gucken wir uns nett an. Hallo! Block! Wir haben's geblockt! Wow! Super Green! Yeah! Tolles Zuspiel! Immer noch 7 Punkte Vorsprung zum Glück. Ah, ich hätt' lieber die Fennen sollen an der Stelle. Ist egal, ich hätt' da Block probieren müsste oder was auch mal. Aber macht nix! Es läuft trotzdem! Und Foul bekommen! Sehr schön! Sitz! Ich liebe unsere Fans! So geil! So geil! Kleins 14 Punkte haben wir bisher gemacht. Super! Ich hab' dich klicken vielleicht, aber es hat nicht ganz geklappt. Ja, es braucht nur eure Zeit, das ist für uns ganz gut. 1 Minute 41. Danke! 1 Minute 41. Danke! Mal gucken kann, das ist schon ein Hammer! Das spielt ja echt göttlich! Schade, das wär's gewesen hier! Ein 3er! 1 Minute noch! Eine Minute noch! Knapp! Geh' hier rüber! Nicht, dass die auf die Idee kommen, noch einen Superpass zu spielen! Nein! Ich hab' das ausgefault! Jetzt kommt's aufs Team an! Okay, 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 jetzt kommt's aufs Team an! Super! Sieht da oben schon wieder randalieren, ey! Jetzt fängt mich so aus! Aber was soll's! Solange sie nicht bohren, ist es mir egal! Tolles Spiel! Wir gucken uns gleich nochmal die Tabelle an! Das interessiert mich nämlich im Moment, weil das ist so eine ganz enge Sache! Wir haben wieder ein Heimspiel! Das wär' natürlich mega praktisch! Gucken, was die Social-Media-Kerlis sagen! Verlängerung! Ich hab's mir gedacht, bei dem Spielstand! Statistiken, Tabellen, Eastern Conference, sind drei Plätze weg! Wir müssten eigentlich ein Spiel gewinnen, denke ich! Verbleibende Spiele! Wir haben noch 14 verbleibende Spiele! Bis wir in die Playoffs kommen! Ich mein, wir kommen im Moment ganz gut voran! Aber es wird ne knappe Kiste! Machen wir aber mal einen Cut an der Stelle! Ich bedanke mich natürlich für's Zusehen und sag' tschau tschau! Bis zum nächsten Mal!